Um die Objektivität bei der Feldbeobachtung zu erhöhen, können verschiedene Methoden und Techniken verwendet werden. Hier sind einige einfache Erklärungen und Beispiele. Standardisierte Beobachtungsbögen. Was es ist? Vordefinierte Formulare oder Checklisten, die spezifische Verhaltensweisen und Kriterien festlegen, die beobachtet werden sollen. Beispiel. Ein Forscher, der das Spielverhalten von Kindern auf dem Pausenhof beobachtet, könnte einen Beobachtungsbogen verwenden, der festlegt, welche Aktivitäten, zum Beispiel Ballspielen, Schaukeln und sozialen Interaktionen, zum Beispiel Streitereien, Freundschaften, er dokumentieren soll. Wie es hilft? Standardisierte Bögen sorgen dafür, dass alle Forscher die gleichen Dinge beobachten und dokumentieren, wodurch die Daten vergleichbarer und weniger subjektiv werden. Mehrere Beobachter. Was es ist? Einsatz von mehr als einem Beobachter, um die gleichen Situationen zu beobachten und Daten zu sammeln. Beispiel. Bei der Beobachtung von Kundenverhalten in einem Supermarkt könnten zwei Forscher unabhängig voneinander die gleichen Kunden beobachten und ihre Ergebnisse vergleichen. Wie es hilft? Mehrere Beobachter reduzieren die individuelle Verzerrung. Da unterschiedliche Perspektiven berücksichtigt und Diskrepanzen besprochen und gelöst werden können. Training der Beobachter. Was es ist? Schulung der Beobachter, um sicherzustellen, dass sie die gleichen Methoden und Kriterien anwenden. Beispiel. Bevor ein Team von Forschern mit der Beobachtung von Lehrmethoden in verschiedenen Klassenräumen beginnt, erhalten alle eine einheitliche Schulung, um zu lernen, wie sie Verhaltensweisen korrekt identifizieren und dokumentieren. Wie es hilft? Eine konsistente Schulung stellt sicher, dass alle Beobachter die gleichen Standards und Methoden verwenden, was die Konsistenz und Objektivität der Daten erhöht. Blindstudien. Was es ist? Die Beobachter wissen nicht, welche Hypothesen getestet werden oder welche Gruppen von besonderem Interesse sind. Beispiel. Ein Forscherteam, das das Essverhalten in Restaurants beobachtet, wird nicht darüber informiert, dass das Hauptinteresse an der Anzahl der Bestellungen von gesunden versus ungesunden Mahlzeiten liegt. Wie es hilft? Dies verhindert, dass die Erwartungen der Beobachter die Daten beeinflussen, was zu objektiveren Beobachtungen führt. Videoaufzeichnungen. Was es ist? Aufzeichnung der beobachteten Situationen mit Kameras zur späteren Analyse. Beispiel. Bei der Untersuchung des Verhaltens von Affen in einem Gehege könnte ein Forscher Videokameras verwenden, um das Verhalten der Tiere aufzuzeichnen und später detailliert auszuwerten. Wie es hilft? Videoaufzeichnungen ermöglichen eine wiederholte Überprüfung und Analyse der beobachteten Situation, wodurch Fehler minimiert und die Genauigkeit der Beobachtungen verbessert werden. Interrater-Reliabilität. Was es ist? Messung der Übereinstimmung zwischen verschiedenen Beobachtern, die die gleichen Ereignisse unabhängig voneinander bewerten. Beispiel. Zwei Beobachter dokumentieren unabhängig voneinander das Verhalten von Kindern in einem Klassenzimmer. Nach der Beobachtung wird die Übereinstimmung ihrer Aufzeichnungen statistisch analysiert. Wie es hilft? Eine hohe Übereinstimmung zwischen den Beobachtern zeigt, dass die Beobachtungen zuverlässig und weniger subjektiv sind. Zusammenfassung. Um die Objektivität bei der Feldbeobachtung zu erhöhen, können Methoden wie standardisierte Beobachtungsbögen, mehrere Beobachter, Training der Beobachter, Blindstudien, Videoaufzeichnungen und die Messung der Interrater-Reliabilität verwendet werden. Diese Techniken helfen, individuelle Verzerrungen zu reduzieren und die Genauigkeit und Vergleichbarkeit der Beobachtungen zu verbessern. Fünf Profi-Prüfungstipps. Klicken Sie dazu auf den Link unter diesem Video.